Hallo, mein Name ist Tobias Spröte, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Firma Möwe Bikes und heute erkläre ich euch, was es mit diesem Gewicht und diesem witzigen Fahrrad mit Stützrädern auf sich hat. Bis gleich. Ja, was hat es mit diesem Versuch auf sich? Wir haben hier ein Möwe Franklin mit Stützrädern ausgestattet und es geht darum, wie bereits angekündigt, dass wir zwei Fahrräder gegeneinander antreten lassen wollen. Das Spannende ist dabei, ohne Mensch dazwischen. Das heißt, wie machen wir das Ganze? Wir richten diese Kurbeln an den Fahrrädern, also einmal die normale Trittkurbel und einmal den Sci-Fly-Antrieb, auf den gleichen Startwinkel aus, das ist kurz nach 12 Uhr, damit das Fahrrad also starten kann. Und dann werden wir dieses Gewicht auflegen und werden das Gewicht sozusagen fallen lassen. Die Übersetzung an den Fahrrädern wird gleich sein, wir werden also den gleichen Gang gewählt haben und die rollen natürlich auch über die gleiche Ebene. Was wir dann sehen werden, ist, dass das Fahrrad mit Sci-Fly-Antrieb schneller beschleunigen wird und was für uns sehr, sehr interessant wäre, wenn ihr noch Fragen zu diesem Versuchsaufbau habt, beziehungsweise auch Anregungen, wie wir diesen Versuchsaufbau besser gestalten können, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns dies in die Kommentare reinschreibt. Dann herzlichen Dank, viele Grüße, euer Tobias Sprütte.